Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus und zwar heute mal wieder zu einem neuen Video und zwar von der DECOOL Mini Racing Pacemaker Serie aber bevor wir darüber reden, muss ich mich nochmal kurz entschuldigen, dass am Dienstag kein Video kam das hängt damit zusammen, dass ich da eine neue Kamera bekommen habe bzw. diese erstmal einstellen musste und so weiter und so fort das Ergebnis seht ihr jetzt, ich hoffe es hat sich gelohnt und ich hoffe auch für dieses Ergebnis, verzeiht ihr mir mal dass es quasi Dienstag kein Video kam, aber ich wollte die Kamera so schnell wie möglich zum Laufen bekommen und dann natürlich auch einsetzen, damit wir noch ein paar schöne Videos damit drehen können Bei der DECOOL Mini Racing Pacemaker Serie handelt es sich um eine kleine Reihe, die verschiedene Fahrzeuge mit Aufziehmotor beinhaltet Ich zeige euch mal die Rückseite von so einer Anleitung hier, da seht ihr was es alles davon gibt und das ist eine ganze Menge Und die nette Idee dabei ist, ist es sich, obwohl es Racing Pacemaker heißt, nicht unbedingt um Rennwagen handelt sondern um irgendwelche Fahrzeuge, die gar nicht dafür gebaut sind, in irgendeinem Rennen aufzutreten Aber das ist eigentlich das Lustige dahinter Es handelt sich dabei immer um kleine bezahlbare Sets mit immer ca. 100 Teilen und ich habe mal 4 davon von euch getestet und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal darüber sprechen Gehen wir doch einfach mal der Setnummerierung nach Und deshalb ist das erste Set, über das wir heute sprechen, die 22023 Und ich würde sagen, ich zeige euch auch mal hier, stellvertretend für die anderen Anleitungen, die Anleitung von diesem Strandbus der natürlich an kein deutsches Modell erinnern soll Zwinker, Zwinker Aber so muss ich euch nicht alle anderen Anleitungen zeigen, sondern zeige euch die, weil die sind logischerweise in einer Reihe sehr, sehr ähnlich aufgebaut Wenn wir uns das hier anschauen, das sind so wirklich kleine Anleitungen Die Rückseite habt ihr ja schon gesehen, die Frontseite hat nochmal das Modell drauf Wir haben hier aber trotzdem eine kleine, klammergebundene Anleitung, was immer für Qualität steht in dem Fall Es ist ein ordentliches Papier, von innen sieht es dann so ein bisschen aus wie eine Lego Anleitung Es wird nichts ausgegraut, sondern es ist alles in Farbe dargestellt Und es wird rot umrandet und mit Pfeilen dargestellt, wo eben die Teile hingesetzt werden Wir haben jetzt für knapp 100 Teile hier 7 Seiten und ca. 13 Bauschritte Was ich als ganz gute Mischung empfunden habe, also es war nie schwer Aber es war auch nicht so einfach, dass da nur ein Teil pro Bauschritt verbaut wurde Sondern man musste den Kopf zumindest schon ein bisschen angeschaltet lassen Reden wir erstmal über das Set Das erste Coole ist, wir haben zwar natürlich sehr spartanische Türen Aber die lassen sich trotzdem öffnen Haben wir auch so einen kleinen Griff und dann gehen die hier auf Das ist eigentlich ganz in Ordnung Der Innenraum ist jetzt nichts Besonderes Ist natürlich auch logisch bei so einem Set Aber das ist zumindest schon mal ein kleines Feature, was wir haben Das Aussehen ist, naja, ich würde sagen, okay Wir haben hier 100 Teile, wir haben einen kleinen Maßstab Man kann da aussehenstechnisch nicht so viel rausholen Ich finde, dafür sieht es wirklich gelungen aus Was ich super cool finde, ist, dass sie es schaffen Bei einem 100 Teile Set hier vorne einen Druck zu präsentieren Das sind keine Sticker Bitte Lego, schaut euch ab, wie man es auch machen kann Ein kleines schönes Detail ist noch Wir haben hier oben so ein Surfbrett drauf Und das wird von einem Gummiband gehalten Also man kann hier das Surfbrett relativ leicht rausnehmen Und dann auch wieder reinstecken Das ist hier oben beweglich gelagert Also das ist auch nochmal so ein kleines Spielfeature, wenn man das nennen soll Trotzdem hält es aber genug, dass man damit auch spielen kann, wenn das Surfbrett drauf ist Also hier fällt nichts ab Das Hauptspielfeature bei diesen Sets ist aber natürlich der Aufziehmotor Und der funktioniert wirklich gut Also ich kann den ja mal ein bisschen aufziehen Da ist eigentlich auch relativ viel Kraft dahinter Und wie gesagt, das ist das Hauptspielfeature Das ist in jedem Set verbaut Alles in allem, also vor allen Dingen für das Geld, so 5 Euro ungefähr Ein wirklich passables Set, mit dem man schon Spaß haben kann Gerade als so ein kleines Goodie für Weihnachten ist das eigentlich ein Daumen nach oben Dann kommen wir nochmal zur 2024 Das ist so ein bisschen wie so eine S-Bahn aufgebaut Anleitung haben wir ja gesagt, gucken wir uns nicht nochmal extra mit an Und ich muss sagen, diese S-Bahn ist, zumindest wenn man es von vorne betrachtet Von der Deko her ein sehr, sehr gelungenes Set Maßstabsmäßig ist es halt schwierig Weil sie im Verhältnis wirklich sehr, sehr dünn ist Aber dekomäßig haben sie sich da wirklich was einfallen lassen Ganz cool ist, diese Hebel hier oben Und dieses Mikrofon in Anführungszeichen Die sind silber Die sind kein Standardgrau Die sind wirklich silber und sehen auch richtig, richtig gut aus Auch hier wieder, andere Hersteller, guckt euch da bitte was ab Für das Geld ist es super cool, dass sowas dabei ist Schwachpunkt von dem Set ist dann alles, was man von hinten sieht Und wie gesagt, diese Breite von der Optik her Das passt nicht so wirklich Und da haben sie halt wirklich versucht, das irgendwie zwingend in ihrem Maßstab zu halten Und sind da ein bisschen dran gescheitert Leider hat das Set auch, außer den Aufziehmotor, der natürlich auch hier funktioniert Keine wirkliche Funktion Aber wie das super cool ist, wir haben hier alles Prints Also dieses City Circle hier vorne ist ein Print Das ist ein Print Das ist ein Print Das ist ein Print Auch diese Seite ist ein Print Und das ist halt super, super cool Wenn man sich überlegt, dass man für das Geld so viele Prints dabei hat Die auch ein bisschen generisch sind Also die kann man auch noch für andere Sachen verwenden Also dieses Welcome für Austria Oder dieses City Circle Plate Oder diese 30 hier im Blau Kann man auch für andere Sets verwenden Dementsprechend ein Set, was man, naja, ausschlachten kann Wenn man das möchte Da lohnt es sich natürlich dann nicht für vier silberne Teile und die Prints Aber trotzdem ist es ein passables Set Also es ist kein totaler Einfall Ich meine, es soll ja auch Firmen geben, die es nicht mal bei 400 Euro Sets schaffen Die Plakette zudrucken Ohne Namen zu nennen Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum schwächsten Set der Reihe Und dabei handelt es sich um diesen Londoner Doppeldecker Stadtbus Und warum ist das jetzt das schwächste Set der Reihe? Naja, es wirkt halt sehr klobig, muss man sagen Und ich finde ihn auch designtechnisch einfach nicht so gelungen Ich meine, was ist das hier vorne? Haben wir da einen schwarzen Heizkörper, damit es den Passagieren nicht kalt wird im Winter? Oder was soll das sein? Aber vielleicht ist es ja auch nur modernes Design Macht ja BMW bei solchen neuen Fahrzeugen auch nicht anders Egal Und, naja, die Scheiben gefallen mir auch nicht Sie wirken jetzt auf der Kamera tatsächlich besser als in echt Sie sind nicht wirklich gut Aber auch hier keine Sticker Und das ist ja wenigstens etwas Wir haben hier ein Print Hier vorm die zwei Prints Haben wir bei der Seite den Print Und auch diese Tür mit London Bus ist geprintet Aber wie gesagt, es ist nicht das beste Set Also fasse ich mich da erstmal kurz Weil das Beste kommt zum Schluss Und das ist die 20029 Das ist von den Sets, die ich gebaut habe 100.000 Mal das Beste Woran liegt das? Also wir haben ja bei der 22029 den Betonmuschertruck Und den finde ich halt optisch richtig, richtig gut gelungen Da passt vom Maßstab her ganz gut Ich finde, da ist es von der Deko her sehr gelungen Ich finde die Farb war sehr cool Also der hat mich wirklich überzeugt Und lustigerweise war es das Set, was ich als erstes gebaut habe Wir haben hier ja wirklich viel Deko dran Aber da fällt nichts ab Du kannst damit spielen Das Telt Also das ist wirklich super Das spricht in dem Fall auch wieder für die Taliequalität Weil die Taliequalität ist vom Aussehen her gut Und macht vom Bau richtig Spaß Wir haben ja auch so ein richtiges Weiß Und nicht so ein Eiweiß Was dann so wirklich so ein Gelbstich drin hat Und ich weiß, dass 100%ig jetzt der liebe Norbert K. darauf gewandert hat Dass ich wieder das gute Eiweißgelb auspacke Aber nein, ich habe mich zusammengerissen Es war nur das Eiweiß mit Gelbstich Okay Und ich meine, ja es ist verrückt Aber wie cool ist denn bitteschön Ein Betonmuschertruck als Rennwagen Also ich muss sagen, da kommt irgendwie so ein bisschen das Kind in mir durch Ich liebe das einfach Und noch eine Pflichterwähnung Ja, auch hier alles wieder Prints Und noch eine weitere Pflichterwähnung Ja, auch hier funktioniert der Aufziehmotor sehr gut Und macht wirklich Spaß Als Fazit muss man einfach sagen Die Sets wissen, was sie sein wollen Und genauso auch, was sie nicht sein wollen Und das macht sie aus Die sind ein cooles Spielzeug für wenig Geld Die sind kein Riesenset Die sind nichts, was begeistert Die sind nichts, wo der Bau absolut krank ist Das kann jedes Kind schaffen Aber das ist auch der Sinn davon Weil es sind Spielsets Und dafür muss ich sagen Bravo, geh cool, macht weiter so Und natürlich gibt es dann von mir Eine absolute Kaufempfehlung für diese Reihe Ich hatte nur ein Set, von dem ich ein bisschen enttäuscht war War jetzt hier dieses Set vom Aussehen Der Stadtbus Und dann hatte ich zwei Sets, die mir noch sehr gut gefallen haben Das war der Bulli und eben der Betonmuscher Der Betonmuscher ganz besonders Und ich sag mal so Die Citybahn, gut, die war in Ordnung Nicht absolut cool, nicht weltbewegend Aber man hätte auch damit wirklich Spaß gehabt Deshalb bleibt mir natürlich nichts anderes übrig Außer mir eine Kaufempfehlung dafür rauszuhauen Wenn ihr natürlich selber ein Set aus dieser Reihe besitzt Dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare Würde mich brennend interessieren Und natürlich wenn euch dieses Video gefallen hat Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Es gibt auch nochmal zu Weihnachten eine kleine Verlosung Aber das möchte ich dann natürlich erst in dem Video Was dann rauskommt zeigen Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Haut rein, euer Valleybrick Und dann wünsche ich euch noch eine kleine Verlosung Und dann wünsche ich euch noch eine kleine Verlosung